Weil ja eben man eben weht aufgrund dieser Information, was wir haben, dass wir sagen, die Informationen, die mir eine Politik verspricht, sind manchmal so oberflächlich, dass wir eben gar nicht diese Details abdecken. Zum einen, weil die Politik eben fürchtet, dass ich sie vielleicht nicht mehr wähle, wenn sie statt militärisch präsent ist, diese Gruppen konkret in diesen Gebieten. Das heißt, ich habe die Möglichkeiten, jetzt schon heute, nutze die auch schon als Politiker, das zu beschreiben, ohne die Bürger anzulügen, es dauert uns hier nicht. Und wir wissen eben auch, dass Politik, dass Wahlen hält, dass die Situation in diesem Moment ändert. Das heißt, da haben wir schon einen Wagen. Dann haben wir gehört, naja, Leute, die diesen Landesverhalten gehen, sind Leute, die unheimlich moralisch sind. Die Frage ist, was ist meine Motivation, eine Information in die Weltirgendlichkeit zu geben? Entweder bin ich wirklich sehr moralisch und fühle mich sehr, sehr verpflichtet und sehr paralutsch zu meinem Land, wurde dann irgendwann furchtbar enttäuscht und glaube, mein Land hat etwas getan oder tut etwas, was so relevant ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss es anderen Ländern mitteilen. Dann habe ich das in den Enttäuschungsstrumenten, dann habe ich diese Moral zu meinem Staat eigentlich schon nicht mehr. Oder ich bin recht zu brechen und sage, ich gehe in diesen Kosten und sammle diese Informationen, damit ich das später mal machen muss. Dann habe ich eine Moralität gleich gegenüber den allgemeinen Ideen von, ich möchte etwas in die Welt hinaustragen, aber nicht gegenüber eines konkreten Staates. Dann wird es mich auch nicht sagen, wenn dieser eine Staat mich eben des Landesverratsberater hat, dass ich dieses Land, in dem ich jedenfalls verraten habe, und das kann mir sehr egal sein, wenn ich meine eigene Moral treu gefliegen bin. Dann hieß es, wir wollen Bürger mit Zivilcourage. Das Problem ist einfach nur, dass diese Informationen, wenn die weitergegeben werden, so erfindlich sind, dass das, was daraus passiert, theoretisch abschreckend sein kann, gegen immer allen anderen Bürgern. Wir sehen zum Beispiel, wir schauen jetzt bei einer NSA-Affekt, dass sehr, sehr viele Leute auch innerhalb der USA sagen, sie verstehen nicht, was eine Rolle getan hat. Zum Beispiel. Und bei NSA haben wir den Fall, dass wir noch nicht mal konkret Krieg führen, dass nicht irgendwo Leute sterben, sondern dass es auch so was werden geht. Das heißt, im Moment, wir irgendwo Leute sterben, aufgrund einer Information, die voll freigelassen wurde, aufgrund dieser Information, dann haben wir eben das Gefühl, wir sagen, wir haben keine Zivilcourage. Wieso Leute sterben werden, wie das passieren könnte, als Beispiel im Worst Case werde ich noch erklären, wenn ich jedenfalls die Sicherheitspunkt mache. Wir haben die Idee von gemeinsamen Werten gehört. Und wie schön es doch wäre, wenn die Werte einfach umgesetzt würden, und mir die Informationen diesen Werten helfen. Das Problem ist aber, dass im Staateskurs einfach so ist, dass wir sehr, sehr viele Staaten haben, die unsere Werte einfach nicht teilen. Das heißt, wir können jetzt nicht etwas angegeben, alle Informationen stellen treu, dass wir nicht einfach gemeinsame Werte herbeibüschen müssen, sondern dass es diese Konflikte gibt, und dass es da eben ein riesiges Problem ist. Unser Ziel ist möglichst viel Sicherheit. Das heißt, als liberale Demokratie, wenn man davon ausgeht, wäre es eigentlich am liebsten, wenn alle anderen Staaten kommen, auch in liberale Demokratie wäre, weil da kann ich bessere Staatsverträge abstimmen, kann ich bessere Investitionsverträge abstimmen, praktisch nutzen und so weiter, und man will halt auch nicht, dass irgendwelche Leute leiden. Sicherheit und staatlich. Wie funktioniert das, und wie letztendlich können wir als der demokratischen, als der liberale Demokratie gelten, dass andere Leute diese Staatsform in Betracht ziehen, akzeptieren? Entweder, sie sind keine liberalen Demokratie, dann, was im Vorbild geht. Weil in den meisten Fällen, in den auch Dikaturen, weil die Leute leiden, die ihnen jeweils, es geht ihnen tatsächlich meistens nicht so gut, wie es ihnen gehen könnte, wenn sie eine liberale Demokratie anders sehen. Das wissen die, das heißt, es ist wichtig, dass sie eben als Demokratie glaubhaft auftreten. Und was die anderen liberalen Demokratie angeht, die haben andere nationalen Interesse, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir zu diesen Staaten ohne offiziell, oder ohne chemisch reinen Widerspruch agieren. Das Problem ist, wenn wir jetzt Datenweiche kriegen, die sehr sensibel sind, Daten, die nicht nachvollziehbar sind, die völlig einzelnen Bevölkerungsgruppen nicht nachvollziehbar sind, aber vielleicht auch für andere Staaten, dann haben wir einen Widerspruch zu haben, in unserer Glaubwürdigkeit, dann haben wir ein Problem, zu unserer Vorbildungsgruppe, dann haben wir auch ein Problem unserer Partnerschaft zu anderen demokratischen, zu einer anderen Demokratie. Wenn wir zum Beispiel rauskommen, dass wir zum Beispiel irgendwo einzelne Bevölkerungsgruppen angragen, zum Beispiel weil es Terroristen sind und so weiter, dann ist das ein Widerspruch theoretisch zur liberalen Demokratie, weil wir eigentlich Menschenleben achten wollen. Wenn wir Leute foltern, um an die Migration zu kommen, ist das ein genausender Widerspruch. Das dient einem höheren Ziel an, das ist ein tatsächlicher, direkter Widerspruch, der unser Erscheinungsrecht als Demokratie schadet. Er ist ein ethisches Denerloch. Ich bin ein Whistleblower und kriege mit, dass Leute gefoltert werden, und habe ein Video davon. Was mache ich denn dann jetzt zwischen diesen beiden Nachlegungen? Wenn du mit seiner Moral bepflichtet bist, geht es weiter, und dann musst du nachgelegen, dass du eben als Landesverrat eben diese Konsequenz hast, weil wir sagen, ja, das ist ein Schaden, und deswegen würdest du das nicht einigermaßen machen? Warum ist das gerecht? Es ist gerecht, weil der Schaden, der dadurch entsteht, so viel größer ist als den Nutzen, den der NSV ist. Weil der Schaden, weil wir jetzt einfach, als liberalen Demokratie, wenn wir sehr wahrscheinlich nicht irgendwelche Leute in Spaß folgern, sondern aufgrund irgendwelcher Sachen, Informationen, die wir jetzt in NSV haben, wir haben höheren Zweck, das heißt, wieso haben wir diese Anwendung? Deine Familie in den Gründen? Einige Beispiele dazu, das ist ein bisschen abstrakt. Wir sehen zum Beispiel, was passiert jetzt mit der NSA-Affäre, was passiert, es hat Russland die Option gegeben, Mittelfinger eben auf den Westen zu zeigen, es hat die Glaubenswürdigkeit des Westens geschwächt, wir glauben, dass es ein Fehler war, dass es ein negativer für den Westen, weil wir eben diesen Punkt in der Glaubwürdigkeit haben. Wir sehen, das ist einmal komprägt gesehen, aber auch ein doppeldeutiges Verhalten, was wir theoretisch machen müssen, was aber nach schnell nachvollziehbar ist, eben für andere Staaten, oder für die Bevölkerung an sich. Wir sehen zum Beispiel Ägypten, wir können zum Beispiel mit Diktatoren zusammenarbeiten und tun das auch, wenn wir uns helfen, die eben dabei sind. Und zwar nicht im Sinne von Rohstüllen, Rohöl und so weiter, sondern eben auch in Sachen von Terroristen bekämpfen und so weiter. Und dann gleichermaßen, nachdem diese Diktatoren gespürt wurden, da auch gleichermaßen ohne Pausen wiederum Demokratien, die danach kommen, oder demokratische Bewegungen unterstützen. Das ist ein unheimlicher Widerspruch, das ist tatsächlich, es geht quasi von dem einen Moment, ich unterstütze den Diktat und fließt, über zu unterstützen die Demokratie. Ich glaube, das ist nachteilhaft, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, weil da irgendein Widerspruch entsteht, dann sind wir nicht für die Demokratie, die man anstrebt, als besten Rat, sondern haben wir diese Vertrauensdruck, dann haben wir, dass zum Beispiel andere Leute mit den Klingeln auf uns zeigen und sagen, was ist da passiert, wir glauben tatsächlich, dass das schlecht ist. Es ist auch so, dass der Nutzen des einzelnen Bürgers letzten Endes so verringert ist, weil es einfach, so dass ich den Diskurs, der Diskurs findet statt in den Verein, der Diskurs findet statt in den Parlamenten, aber teilweise sind wir so global verletzte Sachen, dass ich gar nicht unterscheiden kann, welche Partei für irgendwas stimmt, welche Partei für der Gegenstift. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, dass es diese Position ist, dass es die andere Position ist, deswegen habe ich direkt keinen Diskurs, wo der hier vorstand würde, ob das richtig hinzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.